Ja, es ist ganz wichtig, dass Kinder eben von Anfang an in entsprechende Kinderbetreuungseinrichtungen gehen können und die müssen natürlich gebührenfrei für Eltern sein, damit es nicht vom Einkommen der Eltern abhängig ist, ob ein Kind in den Kindergarten geht. Deswegen sagen wir, wir brauchen die Gebührenfreiheit in Braunschweig. Ich finde auch ganz wichtig, dass man die Kindergärtnerin, sagte man früher, heute sagt mal Erzieherinnen und Erzieher nicht aus den Augen verliert, die müssen für ihre Arbeit auch entsprechend gut bezahlt werden und da haben wir erreicht, dass zumindestens die Bedingungen, unter denen sie eingestellt werden, verbessert wurden. Nämlich wir haben jetzt nicht diese Halbjahresverträge mehr, sondern eine unbefristete Einstellung durchgesetzt. Die Linke kämpft für ein Braunschweig, in dem die Kindergartenbetreuung gebührenfrei ist.